Ein herzliches Willkommen zur abschließenden Pressekonferenz des heutigen Spieltages. Osa Grefe Ringling gegen die Adler Mannheim, Endstand 5 zu 3. 3.651 Zuschauer im Training-Palest. Ganz herzlich begrüßen mich den Trainer Adler Mann, Greg Eilert und natürlich auch unser Trainer Brick Dallone. Und wie immer wird das Statement der Reden kommt zuerst, dass Greg Eilert ist sehr gut. Für mich war die Geschichte unserer Start. Es war nicht gut genug. Es war die Unterschiede in der Spiel. Wir kommen nicht auf dem Platz und nicht in der Wege, aber wir sind nicht in der Wege, wir sind nicht in der Wege. Wir sind bereit und bereit zu spielen. Und zu der Kredite. Hats auf zu ihnen. Sie haben eine 3-0-League. In den letzten 40 Minuten, wir haben die Leute besser und die Harder gemacht. Es ist ebenso in der 5-Minuten-Panalyen-Kill. Wir haben die Ergänzungen in der Spiel. Wir hatten natürlich einen besseren Effort. Aber am Ende des Tages ist die Moral der Geschichte der Start. Man muss bereit sein, zu spielen. Die erste Zeit war sehr wichtig für uns heute. Das war natürlich die Unterschiede im Spiel. Vielen Dank. Danke schön, guten Abend zusammen. Ja, viel Glück heute für uns zur Mannschaft. Wir machen sehr gut gespielt. Wir machen einfach Wechsel für System gegen Mannheit. Und 20 Spieler haben sehr gut gespielt. Die Torchampfen für Mannheim und das erste Drittel waren null. Und das war der Grund für gut geschah. Und dann Patrick Klein war sehr gut in das Weiteste Drittel und das Dritteste Drittel. Und das war der Unterschied. Unsere Untersau war gut. Ubersau ist klar, aber ich muss mehr Tore für Ubersau haben. Mit 60 Minuten, ein gutes Spiel. Sehr gut für die Fans. Der Unterstützung ist unglaublich heute. Und 3-Punk-Day ist gut. Und jetzt ein großes Spiel gegen Wolfsburg Freitag. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön, Rick Arono. Gibt es Fragen der anwesenden Medienvertreter? Das ist obligatorisch nicht der Fall. Dann bleiben wir zu danken. Und für die Krippe Bivouine geht es weiter. Kommt Freitag um 19.30 Uhr bei der Universität in Wolfsburg. Und dann am Sonntag hier im König-Palast um 16.30 Uhr gegen die Isolun-Bunders. Kommen Sie gut nach Hause. Bis dahin. Alles Gute. Einen schönen Abend noch. Dankeschön.